Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Landschafts-Semulator. Dieses Projekt ist ein neues Projekt. Ich bin in einer neuen Welt und bin alleine. Wenn euch das Video gefällt und das neue Projekt ist, dann lassen wir gleich mit dem Abo da. Ja, viel Spaß. Ich werde jetzt nochmal aufzeigen und steigen. So, jetzt sind wir hier herangekommen. Dann werde ich euch erst mal eines zeigen. Hier ist unsere Scheune mit unseren kompletten Geräten. Und dann haben wir hier noch Schweine, wo schon Futter dabei ist. Dann machen wir das auch gleich wieder zu. So, dann ist hier ein Silo. Das kann ich kurz hoffen lassen. Und wir haben auch ein paar Felder. Das hier. Und das hier. Noch eins, zwei, drei mehr. Das sind aber alles nur Graswiesen. Und in dieser Folge werden wir jetzt auch erstmal nur Heu machen. Und werden dann versuchen, mit dem Heu, was wir... Wir werden natürlich das Heu verkaufen. Und mit dem Heu, was wir verkauft haben, werden wir versuchen, uns ein Weizenflecht zu kaufen, um die Schweineanlieder zu füttern. So, jetzt... Jetzt lasst uns erstmal mit dem. Und jetzt, wie ich... Da ist der Fall noch ein bisschen... Und wenn er schon mal geschlagen hat. Der Heu hat sich auch mal ein Schöne schmuckern. Ich hab' den Heu. Wo die von Null aus kann man mit Null gestärken. Und so eine Hochwahl halten müssen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020